Uncool. Gar nicht nett jetzt. Das kann ich verkaufen. Keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr. Ein Glück. Dann haben wir jetzt auch alles das noch weg, die hier noch alle weg. Den wollten wir aber behalten. Und wenn sie das jetzt verkauft hat, haben wir alles wieder im Lot. Guten Tag, darf ich helfen? Danke. Guten Tag. Danke, bis dann. Bis dahin. Oh, ja, ja. Ganz nett, aber unnütz. Wett genommen, wird genommen. Kann ich euch helfen? Oh, 800.000 damit. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Jetzt noch einmal hier das Rüstungsteil verkaufen. Egal, machst du sonst noch irgendwie was Cooles? Danke, bis dann. Guten Tag, darf ich helfen? Danke, ihr Beutelschneider. Kommt nicht in Frage. Scheiße. Keine Ahnung. Ah, vielleicht der noch. Wem soll das denn nützen? Äh, großartiges Spiel der Schatten. Äh, raubt den Gegner Trefferpunkte und beschleunigt die Waffe. Ah. Okay. Jetzt die, glaube ich, eher, ne? Ja, auf jeden Fall. Ganz nett, aber unnütz. So. Das noch verkaufen und dann bin ich hier auch wieder durch. Guten Tag, darf ich helfen? Danke. Äh. 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 Das haben wir gar nicht mal geguckt, ob wir den Wasserzauber da hätten können, ne? Auf der Insel für ein bestimmtes Portal bei Absprechern. Egal. Ahoi. Wie kommen mein Bokern hier hoch und Segelsä... So, wir waffen uns durch. Okay. 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 Waffen. Ja. Dennoch erstmal hier. Waserbann trunk machen. Asi. Äh. So, du musst noch den Schutz das machen, den Schutz ist. Na los. Taktisch-Schutz ist, jo. Und Schutz gegen Magie. Natürlich auch. Ja, ganz klar. ich glaube dass wir da relativ schnell durch und auch an zu großen märz damit fange ich nichts an was anderes betretet die konnen mehr westlich und die ostentionsregulator muss ich dafür alles vielleicht ausgehen kann damit fange ich nichts an das ist jetzt nervig das hier das noch ist das jetzt ja die schuhe hast du kein gürtel gehabt jetzt auch aussieht kein platz mehr scheiße wir haben seine ganzen ausrüstung hierhin gepackt das wollte ich natürlich nicht reaktion es war auch seiner jetzt fängt es nämlich an jetzt weiß ich nämlich nicht mehr so genau ich glaube der helden hatte den hatte er noch der auch die warum hat er denn den macht er keinen sinn hast du schon abonniert ne dann ist das auch dein amulett denke ich mal glaube dann hat jetzt wieder alles so eine ganze ringe das war jetzt alles in die vier ich habe keinen platz mehr die scheiße jetzt wenn ihr verkaufen verkaufen wir noch fix und wenn jetzt die schuhe das letzte gleich sind dann kann ich auch wir tauschen mit dem anzeug damit kann ich unbrauchbar jetzt aber damit kann unbrauchbar so jetzt nichts mehr unbrauchbar ach der kackgürtel da alter das ist noch mal schnell das komische zeug da verkaufen sie kann man nicht verkaufen egal ob wir da wohl nur rein müssen und eigentlich direkt wieder raus können aus dem raumschiff raumschiff glaube ich liegt auf dem meeresgrund es ist nicht immer ein raumschiff klassischer raumschiff im mittel alter ich finde das passt irgendwie nicht so ein tag bis in die uhentiefen ok das ist eigentlich das ist eigentlich kannst das jetzt warum nicht nur ein kerzer hat es halt auch so gut nur ein kerzer das darfst du das halt nicht nutzen das ist das baumschiff warum bist du einfach ein Turm hier ist ja einfach ein Turm warum ist hier ein Turm ah da 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 Erst müssen wir etwas loswerden. Und dann gucken wir mal die Ringe. Schwerfen, Garisman, Handschuhe, Zauberbote, jetzt habe ich noch Zauberbottomus 8 und noch die ganzen Ringe, das ist alles von unseren Bogenschützen, glaube ich. Ich habe keinen Platz mehr. Musst du denn keinen Platz mehr, Alter? Der Scherfen ist ja auch von hier. So, den dann still anziehen und die Waffe. Ich weiß nicht, was das ist. Kenn ich nicht. Die Schuhe, dein... Was trägst du da und den da und zack, da. Ist halt komplett mehr, dass man alles ausziehen muss. Kriegst du doch du. Immun gegen Krankheit, ihre Lähmung, Gift, Schlaf. Weil ich hätte auch Schutz, na, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Dann machst du den, oder? Ja. Äh, du kriegst jetzt den unnötigsten Umgang für dich, den es gerade so gibt. Äh, alles wieder anziehen hier. Was ist das? Auch so, Handschuhe? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Wem soll das denn nützen? Jetzt musst du hier mal alles anziehen. Zack, zack. Nee, so. Oh, die Schuhe, die Handschuhe. Das. 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 Ausdecks entschärfen, gerade kannst du ruhig die Kampfhandschuhe anziehen, eigentlich. Äh, dir fehlt noch einer, aber die Reaktion ist da ganz gut. Da fehlt auch noch einer. Hast du noch einen? Jo. So. Gibt das jemand anderem? Äh. Äh, äh, äh. Kriegst du mal die ganzen Taucheranzüge? Töne mal noch den Hut. Den Hut muss ich auch direkt austauschen mal. Wem soll das denn nützen? Also jetzt hoffen wir, dass sie hier überlebt, ne? Und mal ganz schnell uns alle hochbringt hier. Au. Soll ich das jetzt beeindrucken? Oh, Katze. Wie lange sie jetzt nicht drankommen haben. Äh. Furcht verjagen. Wo ist das? Fluch entfernen. Ist das hier? Schutzkörper. Heil. Da, da, da. Äh, muss es ja hier sein. Da. Furcht verjagen. Ist zwar nur ein Katze, aber kümmer halt nicht rum. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube... Ist zwar nur ein Katze. Wollt mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist zwar nur ein Katze, aber kümmerlich drum. Soll ich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Daumen. Daumen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist du davor oder was? Das kann doch nicht. Ist keine Katze. Aber kümmere dich drum. Jetzt muss ich mal schon ready werden. Ist keine Katze. Aber kümmere dich drum. Soll mich das beeindrucken? Soll mich das beeindrucken? Soll mich das beeindrucken? Soll mich das beeindrucken? lassen sie jetzt um zehn jahre altern mit dem dem hier alle gesamte schaden am treffer jedes charakters gibt ihnen alle verlorenen zauberpunkte wieder und löst alle negativen zustände auf der zauberkante so stark ist es halt dann auch nicht mehr machen jetzt gleich die furcht machen soll mich das jetzt beeindrucken ein paar und machen eigentlich soll mich das jetzt beeindrucken soll mich das jetzt beeindrucken das wird jetzt kümmer dich drum sehr gut kraft mach mal zehn jahre bitte langer leben jetzt hier mit dem geteiltes leben auch noch welche kraft und kraft Soll ich das jetzt beeindrucken? Au! 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 Oh, jetzt noch aufstehen. Ist zwar nur eine Katze, aber kümmere dich drum. Ist zwar nur eine Katze, aber kümmere dich drum. Ist zwar nur eine Katze, aber kümmere dich drum. So, überall Regeneration. Richtig. Nur eine Katze. Er muss doch gleich wechseln. Au! Au! Ha! Geht doch. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das beeindrucken? Au! Soll mich das beeindrucken? Aua! Au! Nur ein Katze. Das ist zwar nur ein Katze, aber kümmere dich drum. Soll mich das beeindrucken? Soll mich das beeindrucken? Nur ein Katze. Au! Soll mich das beeindrucken? Jetzt einmal... Ah, ich habe nicht mehr genug Mana dafür, oder? Soll mich das beeindrucken? Oh! Ist zwar nur ein Katze. Ich schaff's mehr. Au! 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 Soll mich das jetzt beeindrucken? Äh... Und jetzt machen wir nämlich noch... Was ist das? Und jetzt... Ich schaff's mal. Ich schaff's mal. Ich schaff's mal. Soll mich das beeindrucken? Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist das denn nur ein Katze? Nein, ist gut. Aber komm! Ist das nur ein Katze? Na komm! Aber komm! Soll mich das jetzt beeindrucken? Was ist das? Könnt ihr mich anholen? Ah! Äh, was ist das? Nur ein Kerzer. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich werde viel schneller weggehauen. Oh, es ist nicht auf. Mann, hätte ich jetzt gedacht. So, ins Oben. Äh, doll, ist hier schon ein? Da haben wir noch ein Kerzer. Tausende. Natürlich. Gehen wir erstmal woanders hin, würde ich sagen. Das ist hier. Und... So, verstehen wir jetzt. Nö, gar keiner hätte ich nicht gedacht. Gar keiner hätte ich wirklich nicht gedacht. Äh, hier. Echt. Okay, was ist hier denn so los? Was ist mit der Konsole? Was ist hier? Nichts passiert. Hm, gleich ist noch nicht ready dafür. Nein, ich will doch runter. Ich muss runter. Ich muss runter. So, hier war jetzt leicht, dass da so viele waren, ne? Und Katze. Und Katze. Und Katze. Au! Oh! Soll mich das... Soll mich das jetzt... Aber es ist jetzt nicht komplett durchgebracht und jetzt... Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll ich das jetzt dann oben noch schauen. Au! Ist das nur ein Katze? Aber kümmere dich drum. Ist das nur ein Katze? Aber kümmere dich drum. Alter, das sind doch viel zu viele. kümmer dich drum Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich frage mich auch noch ob es stärkere Plaster gibt, jetzt haben wir ja nur so einen kleineren Zweihändler-Plaster wieder gibt. Das könnten so kleine Jetskis oder so Notkapseln sein oder sowas, eine fehlt. Zufall? Ich glaube nicht. Sonst würde ich sagen ist hier aber nichts. Ach da ist noch eine Tür. Da kann man nicht einfach nur die Einzelnen kämpfen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Einfach immer gegen Ein. Aha! Das war ich! Das ist so eng. Das geht gerade oder? Guck mal hiermit kann man da irgendwie Dinger hoch und runter fahren, was auch immer das bringen soll. Ich habe heute wirklich keine Wohnung. Ich weiß es nicht. Wir kicken uns das nochmal an. Den drücken. Wird er hoch? Ah. Ich komme jetzt in das blaue Item vielleicht ran? Ja. Soll mich das jetzt? War ich das etwa? Die meinte ich doch. Alles klar. Ich habe einen größeren Plaster. Äh. Hier. Okay. Ganz nett. Aber ohne nütz. Was bist du? Wasserresistenz? Nö. Braucht man nicht. Ganz nett. Aber ohne nütz. Du hast hier wieder deine Waffe. Deine normale. Das kann weg. Das kann auch weg. Und die nehmen wir natürlich alle.